Hey, alles klar! So, wir grüßen euch ganz herzlich. Wir sind gerade beim Special Coaching in Berlin. Wir haben den, lass mich überlegen, 9. Oktober und wir hauen hier richtig rein, damit ihr, wenn eure Coaches wieder bei euch sind, richtig loslegen könnt. Ich freue mich ganz doll, euch möglicherweise bei der Dance Sensation zu sehen oder bei der nächsten Competition oder beim Popstars Finale, denn da werden wir wieder richtig loslegen. Also, in diesem Sinne, bis dann. Tschüss, ciao!